Hallöchen und willkommen oder willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute schauen wir uns wieder Harp hier an, mit dem Song Ikonoclast. Ich bin mal sehr gespannt, da wollen wir keine Zeit verlieren. Let's go! Ich bin mal sehr gespannt, da wollen wir nicht. Um sie in Reliquien zu sperren, schickt Pilger auf Reise, ihre Suche, das Ziel. Und diese Irrenkreise sind Marionetten im Spiel. Bilder, Stürmer in die Nacht, Zauberliche, die Ikonenpracht. Lass die Bilder brennen, lass die Arme erkennen. Bilder, Stürmer in die Nacht, Zauberliche, die Ikonenpracht. Lass die Bilder brennen, lass die Arme erkennen. Ich bin der Ikonoclast. Ja, cooler Song bisher. Wie steht ihr denn zu Religionen? Also ich persönlich bin da sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich, dass Religionen natürlich etwas Positives sein können, geben den Menschen Hoffnung und weisen ihnen einen Weg, ein guter Mensch zu sein. Aber andererseits gibt es halt sehr viele Menschen, die ihre Religion zu ernst nehmen und sagen, das ist das einzig Wahre, nur das gibt es. Mein Gott ist der Richtige und wer das anders sieht, der muss sterben. Ja, das ist dann der negative Aspekt von Religion. Ich finde, jeder sollte jeden seinen Glauben lassen. Wer keinen Glauben hat, der hat halt keinen Glauben. Das ist auch völlig okay. Ich habe auch keinen Glauben. Ich glaube an euch, dass ihr mich unterstützt und mir gute Vorschläge für neue Reactions gebt. Das ist mein Glaube. Wir gründen eine Kirche. Wir gründen eine Kirche. Die Kirche der guten Musik. Wartet ab. Lass uns eure Götter sein. Heiligkeit neu definiert. Unser Mitleid kommt von Leid. Haben die Menschlichkeit vor mir. Wir stürzen güldene Alteres. Skurrile Götze ganz aus Stein. Um euren Willen neu zu brechen. Ein bisschen Demos muss schon sein. Bilderstürmer in die Nacht. Zerbreche die Ikonenpracht. Lass die Bilder brechen. Lass die Arme erkennen. Bilderstürmer in die Nacht. Zerbreche die Ikonenpracht. Lass die Bilder brechen. Lass die Arme erkennen. Ich bin der Ikonenpracht. Lass die aperten. Lass die Arme gelen. Krieger, wir wollen die ohne Liebe. Bilder, Stürmer in die Nacht, zerbreche die Ikonenpracht. Lass die Bilder brennen, lass sie alle erkennen. Bilder, Stürmer in die Nacht, zerbreche die Ikonenpracht. Lass die Bilder brennen, lass sie brennen. Bilder, Stürmer in die Nacht, zerbreche die Ikonenpracht. Lass die Bilder brennen, lass sie alle erkennen. Bilder, Stürmer in die Nacht, zerbreche die Ikonenpracht. Lass die Bilder brennen, lass sie alle erkennen. Ich bin der Ikonenpracht. Auch ein schönes Video hier. Die ganzen Fernseher, Smartphones sind alles, die zerstört werden. Viele sind, das ist ja wie eine Religion auch. Diese ganzen Medien, das ist das, woran sie glauben, dafür leben sie. Das ist schon quasi eine Sekte. Die leben und sterben für ihre sozialen Medien. Ich glaube, das ist die schlimmste Religion überhaupt. Tolle Band. Toller Song. Fand ich wieder richtig geil. Ja, höre ich mir auf jeden Fall öfters an, wie alles von Harpje. Kommt alles immer auf die Playlist. Hat mich bis jetzt nicht enttäuscht, diese Band. Und ja, ich bin... Guck mal hier, auch wieder viel zu wenig Abonnenten bei Harpje. Selbes Problem wie bei Soulbound. Tolle Bands mit zu wenig Aufmerksamkeit. Ja, aber das kommt noch. Ich bin mir sicher. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.